Ich beantworte Zuschauer, fragen Teil 1. Kannst du Santorini bauen? Das habe ich bereits vor drei Jahren erledigt. Wie kannst du so schön und groß bauen? In großen Maßstäben zu bauen ist genau mein Spezialgebiet. Da lege ich seit Jahren den Fokus drauf und deshalb tue ich mir da auch etwas leichter, weil ich da schon super viel Erfahrung habe. Woher wissen alle Leute, was sie wo bauen müssen? Ich baue das Gebäude in Kreativmodus vor. Ein Teil von uns hat die Mod und sagt denen, die die Mod noch nicht haben, wie die zu bauen haben. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Wenn euch das interessiert, kann ich da mal ein eigenes Video dazu machen, wo wir von A bis Z alles erklären. Die Frage nach dem Fußballstadion kam schon einige Male. Nein, ich werde kein Fußballstadion bauen, zumindest in nächster Zeit ganz sicher nicht. Mein Spezialgebiet ist Mittelalter und für Fußballstadien gibt es bestimmt bessere Leute als mich. Kannst du bitte den Stephansdom nachbauen? Ja, kann ich machen. Habe ich auch schon gemacht. Das Ergebnis seht ihr hier.